Die FCB-TV News präsentiert von der größten Sportwetten-Arena der Welt. B.Win. Thomas Müller freute sich gestern schon auf den freien Tag. Heute, was aber nicht für alle gilt, eine kleine Gruppe war fleißig unterwegs. Unter anderem der Länderspiel-Rückkehrer Dante. Harvey Martinez ist über jede noch so kleine Ansammlung dankbar. Endlich nach seiner Leistung-Operation wieder mit dem Ball in allerbester Gesellschaft. Oder Mario Götze, der auch heute mit viel Laune eine Extraschicht einlegte. Und in der Nachspielzeit auch noch jede Menge Freistöße übte. Wumms, da ist einer heiß. Wir sind jetzt gerade von der Nationalmannschaft wiedergekommen. Ich glaube, der Trainer wird entscheiden, was spielen soll. Ich bin auf jeden Fall fit, habe 45 Minuten gespielt. Ich möchte natürlich möglichst immer mehr spielen. Und es ist klar, wer das nicht möchte, da ist auch irgendwo ein Fehler am Platz. Deshalb freue ich mich einfach auf die kommende Zeit, auf die drei Heimspiele, die wir jetzt haben. Und da wollen wir natürlich möglichst wieder unser Bestes bringen. Ein paar mehr Einschätzungen von Mario Götze gibt es auf FCB TV. Und hier in den FCB TV News haben wir jetzt noch beeindruckende Zahlen. Wartezeiten auf Autogramme sind vorbei. Ab sofort gibt es diese digital. Einfach auf der Homepage den gewünschten Spieler anklicken und im Profil die Autogrammkarte abrufen. Wenn das alle FC Bayern Facebook-Freunde auch nur einmal tun würden, hätten wir neun Millionen Klicks. Seit gestern Morgen nämlich hat die FC Bayern Facebook-Seite die neun Millionen Marke geknackt. Mit allein über eine Million Fans in den letzten sechs Wochen. Darüber hinaus ist Bayern München der momentan am stärksten wachsende Fußballklub weltweit. Da bleibt auch Bernie nicht hinten dran. Die Seite des Kult-Maskottchens hat jetzt über 100.000 Anhänger aus der ganzen Welt. Sauber, Bernie! Morgen kommt Pep Guardiola wieder zu Wort und ein Profi feiert einen schönen, runden Geburtstag. Sein Name beginnt mit D und endet mit Ante. Bis morgen, Servus! Bis morgen, Servus!